Jetzt wissen wir, wie wir die Kamera scharf einstellen. Aber wie entscheiden wir, wann die Kamera fokussieren soll? Bei einer Portraitaufnahme steht Ihr Aufnahmeobjekt in der Regel still. Tiere dagegen können sich jeden Augenblick unerwartet bewegen. Die D5000 hat für jede dieser Situationen und für alles dazwischen eine geeignete Einstellung. Wählen Sie das Symbol für die Fokusbetriebsart auf dem Bildschirm mit den Aufnahmeinformationen. Die Standardeinstellung ist die AF-Automatik. Die anderen Optionen sind Einzelautofokus, kontinuierlicher Autofokus und manuell. Zuerst schauen wir uns einmal den Einzelautofokus an. Beim Einzelautofokus wird der Fokus durch einmalige Messungen bestimmt, wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken. Sobald der Fokus eingestellt ist, wird der Schärfeindikator angezeigt und es ertönt ein Signalton. Diese Einstellung eignet sich für unbewegliche Aufnahmeobjekte wie Landschaften oder für Portraitaufnahmen. Sehen wir uns jetzt den kontinuierlichen Autofokus an. In diesem Modus passt die Kamera die Fokussierung über das gewählte Messfeld kontinuierlich an, bis der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Dabei ist es für eine Aufnahme nicht erforderlich, dass der Schärfeindikator sichtbar ist. Diese Einstellung eignet sich für sich bewegende Aufnahmeobjekte wie kleine Kinder oder Tiere. Die letzte Option ist die AF-Automatik. Entsprechend der jeweiligen Aufnahmesituation wählt die Kamera automatisch die geeignete AF-Betriebsart aus. Zuerst ist die Kamera auf Einzelautofokus eingestellt. Aber wenn sich das Objekt bewegt, wird in den kontinuierlichen Autofokus gewechselt. In dieser Fokusbetriebsart muss der Schärfeindikator im Suche sichtbar sein, um ein scharfes Bild zu bekommen. Die AF-Automatik ist die flexibelste aller Optionen. Außer wenn Sie genau wissen, dass Sie den kontinuierlichen Autofokus wirklich benötigen, können Sie ruhig der Kamera die Wahl zwischen Einzelautofokus und kontinuierlichem Autofokus überlassen. Dabei sollten Sie beachten, dass die Arbeitsweise der Messfeldsteuerung von der jeweils eingestellten Fokusbetriebsart abhängt. Wenn als Fokusbetriebsart beispielsweise der Einzelautofokus eingestellt ist, können Sie die Funktion 3D-Tracking nicht auswählen. Darüber hinaus funktioniert die dynamische Messfeldsteuerung nur dann ordnungsgemäß, wenn als Fokusbetriebsart entweder die AF-Automatik oder der kontinuierliche Autofokus eingestellt ist. Wenn Sie die Fokusbetriebsart auf Einzelautofokus stellen, werden die anderen 10 Messfelder deaktiviert. Das heißt, wenn sich Ihr Aufnahmeobjekt bewegt, verlieren Sie den Fokus.